So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier die Schiffchen. Jetzt haben wir erstmal schön die Bogenschützinnen auf die Hypogrifen packen. Oder, das geht noch nicht. Warum geht's noch nicht? Dienst der Erforschung von meiner Kralle Hypogrifen-Szene muss ich erst erforschen. Ich glaube es nicht. Wie ungünstig. Wie ungünstig. Ja, hab ich Pech gehabt. Das ist natürlich... Die Jagd wartet. Wir müssen uns sputen. Ja, sehr schlecht. Sehr schlecht. Jetzt einfach weil mir vehement einfach nur die Ressourcen fehlen. Hypogrifen greift an, genau. Schön hoch da. So, das hat funktioniert. Ihr werdet jetzt mal schön abgeladen wieder. Genau, heil mal die Hypogrifen, weil die müssen am Leben bleiben. Das ist ganz wichtig. Sonst habe ich ein Problem. All dieses, das verwirrt mich, das Level. Also das ist mal so... Ja, ich meine, ich muss mich einfach nur beeilen jetzt hier. Aber es verwirrt mich trotzdem, weil irgendwie es heißt auf der einen Seite, ja, äh... Schnell, heilt, 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 heilt. Natürlich kommt die jetzt von der Seite, ne? Komm, halte durch, halte durch. Super, ich habe keinen Maler mehr. Äh, ich habe kein Gold mehr, meine ich. Scheiße. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite heißt das, ich soll meine Basisverteidigung und viele Einheiten bauen. Aber auf der anderen Seite dann sowas hier. Dann greifen die so hinterhältlich an. Das ist doch scheiße. Das heißt, das ist wahrscheinlich einfach nur beeilen. Ja. Einfach nur beeilen. Ja, nee. Ganz ruhig hier. So. Wir wollen jetzt aber hier oben angreifen. Ich hoffe, dass jetzt nicht der Arbeiter wieder einfach verschwindet. Toll. Hier ist ja endlich mal ein bisschen Gold, eh. Dann wird ja mal Zeit. So, das heißt, ich kann jetzt mal, oder? Mana-Stein erhöht die Mana-Regeneration. Die Richtigkeit wird geschehen. Na komm, Mana ist wahrscheinlich... Ich werde die Jagd beenden. Gar nicht so ungünstig für die. Hm, toll. Ja, ja, okay. Ich dachte, das ist dauerhaft. Wir verbeugen hier unsere Zeit. Ich bin wach. Ich bin wach. Für das allererstes wird hier ein Dings kreiert. Äh, gebaut. Hier Urturm, Wind, Dingskäuschen. Ja. Natürlich passiert das wieder. Warum auch nicht? So, jetzt werden wir noch hier... ...eine Rüstung verbessert. Ja, in sich haben die ja keine Chance. Das Problem ist halt einfach nur, die greifen halt, äh... Also ich sage halt, die greifen halt einfach so... Oder die machen so schnell diese Urturmsbeschützer kaputt. Dass sich das halt auch gar nicht lohnt hier. Aber ich muss halt noch ein paar hinbauen, sonst habe ich hier echt ein Problem. Ich glaube, die Gruppe, die ich hier habe, die reicht schon aus. Das ist jetzt nicht das Problem. Oh, die Begriffen brauche ich aber trotzdem hier. Naja, ich kann das Gold nicht ausgeben. Ich brauche noch ein bisschen Gold für... ...ja, für Reparaturen. Oder für Erneuerungen. Euer Gebäude ist fertig. Und drei Hypogryphen. So, das passt. Und zack und zack. So, da habe ich noch Geld, um zur... ...um zu heilen. Also da ist nichts von wegen hier mit... ...ja... ...da ist nichts mit Heilung, äh, mit hier, ähm... ...Hypogryphen-Zähmung. Kann ich gerade noch nicht machen. Ich bin bereit. Wir müssen uns sputen. Euer Gebäude ist fertig. Sehr schön. Da oben ist noch ein bisschen Gold. So soll das sein. Ich forsche euer Gebäude, es ist fertig, wird geschehen. Wir müssen uns sputen. So muss das sein. So Gold. Zack, zack. Ja, da unten sind auch noch welche. Aber eine Gruppe, die ist schon stark genug. Also das... ...muss man sagen, die haben da keine Chance gegen mich. Jetzt wollen wir uns einfach hier ein bisschen sputen, dass wir das auch schaffen. Ne, wir werden es schon schaffen. Jetzt haben wir 2000, so irgendwas. Tja. So. Da können wir ruhig ein paar mehr bauen, hier. Ich weiß ja nicht, was da noch für, ja, eine krasse Armee letztendlich ankommt. Man weiß es nicht. Wir halten mal ein bisschen den Dude da unten. Ich würde sagen, falls hier nochmal jemand kommt, bauen wir auch nochmal zwei hin. Die Verteidigungsanlagen sind echt nicht so geil, muss ich euch mal sagen. Die sind halt behelfsmäßig, ja, um die Basis so ein bisschen zu schützen, aber... Ja, so schnell bin ich nicht. Ach, scheiße, einmal ist der Sturm. Einmal ist der Sturm. Leider. So, dann machen wir jetzt nochmal den letzten... Hier können wir nicht bauen. ...runden hin. So, du heilst weiter. Das Ding muss auch repariert werden, unbedingt. Das ist egal, ihr es schafft, aber ich will jetzt... einfach nur auf Nummer sicher gehen, ja. Ich stelle euch mal da oben hin. So, ich glaube, das sind jetzt genug... So, ja, Verteidigung. So, ich kann hier jetzt mittlerweile auf ein Ding nehmen hier. Auf einen Hotkey, weil schon so viele gestorben sind. So, das sollte funktionieren jetzt, ja. Oh, jetzt greife ich dieses Teil an. Macht es kaputt, los! Diese ollen Blutwächter. So, hier wird halt bei ordentlich repariert, das ist gut. Ach, der kommt gar nicht dazu, oder was? Der ist aber gerade gar nicht in der Gruppe mit dabei. Der ist in der Heilige Heine wird entweit. Ja. Roll. Wo soll ich zu schlagen? Ich kenne meinen Pfad. Ja, ja, natürlich kennst du den Pfad, dann mach aber auch mal, ne? Die Richtigkeit wird geschehen. Unsere Zeit ist knapp. So, komm. Das müsste jetzt ja ausreichen eigentlich, ne? Das Ende rückt näher. Du bist fertig mit Teilen, das ist sehr schön. Das freut mich, du gehst mal jetzt in die Mitte hier zu den Palmen, da kannst du relativ schnell wieder bei der nächsten Dings hier. Ach ja, jetzt muss ich hier... Ich kann nicht mehr warten. Okay, ich verstehe. Dann nehme ich meine zwei Klebensschleudere, die jetzt das da ausreichen. Schalten. Ganz in Ruhe, genau. So, da kann auch nichts machen, dann könnt ihr jetzt... Ich wusste gar nicht, dass ihr da... Also ich wusste nicht, dass die Bruder da langfahren können. Also lange da Wasser ist, das scheinbar in Ordnung, auch wenn es ein sehr flaches Gewässer jetzt hier ist an der Stelle, aber das reicht scheinbar aus. Das heißt, wir müssen... Ich kenne mich schon immer, warum müssen wir die Türen eröffnen, aber gut, ergibt auch Sinn. Ja, auf jeden Fall. So. Meine Katze hat schon wieder gekreischt. Ja, brauchst du wieder Aufmerksamkeit? Na komm her. Na komm. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Wir müssen uns sputen. Na komm. Ja, Mau. Mau. Tja. Ist immer so, wenn der böse Doc immer aufnimmt, ne? Die Jagd wartet. Und du mal nicht im Mittelpunkt stehst, das ist immer... Das mögen Katzen nicht, ne? Wer kennt's nicht? So, ich glaube, sind das... Sind das alle... Ja, können durch. Ich glaube, damit haben wir es geschafft. Egal, Bote in den Ziel. Da, hin. So. Ach so, wir schaffen. Na, aber ein bisschen nervig, die Mission. Also, ein bisschen Multitasking. Ja, dann solltet ihr vielleicht mal ein bisschen... Eine Eskorte mitschicken. Vielleicht nicht nur einfach nur das Transportschiff da... Also, das ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? Also, wenn das jetzt so eine wichtige Nachricht ist, die irgendwie... Ja. Die... Das Schicksal der Nachtelfen irgendwie entscheidet. Nicht sein, ne? Transportschiff, los geht's. Also, ein paar Galären könnten wir dir auch noch zur Verfügung stellen, aber... Nö, machen wir nicht. Oder ein paar Flugeinheiten. Ist wahrscheinlich zu viel verlangt. So. Weiter geht's. Sagen wir jetzt ja. Interludium. Offene Rechnungen. Spät an diesem Abend besprechen Malphurion, Sturmgrimm und Tyrande, wisst man... Oh, die beiden Torteltäubchen hier. Auf der abgelegenen Mondlichtung die folgende Inversion durch die Legion. Es ist ja schön, dass sie auch mal wieder zu Wort kommen, ne? Also, wahrscheinlich kann ich mir richtig vorstellen, dass es gibt am Ende irgendwie... Also, so wie Möwe über Tyrande redet. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte noch darauf hinauslaufen, dass sie sich beide irgendwie fighten, ne? Und dass ich den dann irgendwie besiegen muss. So als Racheakt. Aber ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll in der Hinsicht. Ich meine, wäre es nicht sinnvoll, wenn man sich da eher zusammenschließen würde, um gegen den Feind zu kämpfen, statt zu sagen, ne, jeder macht da sein Süppchen. Oder schiebt den anderen irgendwie Schuld zu. Na, wir werden sehen. Da sind sie, die zwei Lawrie. Nordrassils Wurzeln scheinen gut zu heilen. Könnte ich das doch auch vom Teufelswald sagen. Ich fürchte, die Verderbnis der Legion wird den Wald auf Dauer zeichnen. Deinen Druiden wird etwas einfallen. Vielleicht könnten uns Isera oder Alexstrasa... Verzeihd, Schando Sturmgrimm, Priesterin Tyrande. Aber sie bestand darauf, vorgelassen zu werden. Ach, da ist sie ja. Wer seid ihr Mädchen? Was ist so dringend? Ich bin eine Dienerin der Wächterin, Maiev Schattensang. Die Storen hat den Verräter Illidan zu jagen. Illidan? Sprecht. Verzeiht, Schando, aber euer Bruder hat eine dunkle Armee aus den Tiefen erweckt und ein mächtiges, dämonisches Artefakt gestohlen. In diesem Augenblick bekämpft ihn meine Herrin auf den verheerten Inseln. Sie braucht unverzüglich Verstärkung. Ich werde gehen. Ich führe die Schildwachen selbst an. Ob das was wird? Nein, meine Liebste. Die Droiden und ich kümmern... Ich habe ihn damals befreit und ich trage die Verantwortung dafür. Dann lass uns beide gehen. Wenn dieses Mädchen die Wahrheit spricht, braucht Maiev jede mögliche Unterstützung. Also ich hätte niemals gedacht, dass sie Maiev ausgesprochen wird. Bei der Schreibweise... Für mich ist und bleibt sie Möwe. Also, nicht Mario oder Maiev, sondern Möwe. So Kapitel 5. Gleichgewicht der Kräfte. Am nächsten Tag versuchen Möwe und ihre Wächterinnen an den Küsten der verheerten Inseln, die Front gegen Illidans letzten Angriff zu halten. Ob sie das schaffen? Mal gucken. Haltet die Stellung, Kriegerinnen. So die Göttin will, wird Schando Sturmgrimm kommen. Ja, wenn sie das will. Hoffen wir mal. Da schon mal die Eule, das ist ganz gut. Das heißt ja, Tyrande ist in der Nähe. Wir sind sicher gelandet, aber einige unserer Schiffe könnten auf den vorgelagerten Inseln aufgrund gelaufen sein. Es missfällt mir, Streitkräfte zurückzulassen. Aber wir haben einfach nicht die Zeit zu warten. Meine Eulen sind bereits unterwegs und haben Maievs Standort erspäht. Sie und ihre Truppen werden angegriffen. Aber wir müssen den Dschungel durchqueren, um zu ihr zu gelangen. Vielleicht hilft Naturgewalt beim Vorankommen. Jetzt sind ja die ganzen Bäume fällen, ich verstehe schon. Wir sollten uns beeilen. Ich bezweifle, dass Maievs Truppen noch lange durchhalten. Also wird jetzt wieder ein bisschen Druck aufgebaut. Beeilt euch, macht hin, sonst war es das. Gibt wahrscheinlich auch, ich sehe schon, so wie die Karte aufgebaut ist, sind das zwei Hauptquests. Ich dachte schon, Maievs Möwes Haupt, also Möwes, Stützpunkt erreichen und von da aus dann wahrscheinlich Illidan killen. Erreicht Möwes Stützpunkt. Tyrande und Maievs müssen überleben. Möwe und ihre Nachtelfenstreitkräfte haben Illidan und die Naga wochenlang aufhalten können. Ihre Abwehr ist nun jedoch geschwächt. Der Goldvorrat erschöpft. Sie wird nicht mehr lange durchhalten. Ihr müsst Maievs und Tyrande zu Möwes Stützpunkt bringen und die Naga mit Rumpen zerschlagen. Versuchen wir es mal. Warte mal. So, äh, na gut, die Trance. Dieses Land und ich sind eins. Ja, Tyrande wissen, wenn die Maievs Sturm bringen, die zwei mächtigsten Nachtelfenhelden haben, beide Stupe 10 erreicht und sind bestens vorbereitet. Äh, alle herauszufordern, die sich in den Weg stellen, ihr kontrolliert auch Möw und ihren Stützpunkt. Was bedroht diese Länder? Ja, schon mal Multitasking-Fähigkeit. Unser Krieger greifen den Feind an. Ja, aber da werde ich jetzt erst mal mich groß lassen machen. Ja, so, du willst mal das jetzt hier aktivieren. Du hast hier den Gelassenheit genau verursachten, heilenden Regen, der über einem großen Gebiet niedergeht und verbündete Einheiten treffend Punkte heilen. Blah. So, ich muss erst mal zu Tyrande kommen, äh, zu Tyrande kommen, das ist, das ist das Wichtige jetzt hier. Was sind das für niederträchtige Schlangen? Ich weiß nicht, aber diese Geschöpfe kommen mir bekannt vor. Ja. Elende Nachtelfen. Wir sind die Nager. Wir sind die Zukunft. So, Goldmünzen können aufgehoben werden und Möw und ihren Stützpunkt versorgen. Ah, scheiße, ist er jetzt tot. Ich muss schon mal kurz vor dem Sternen heraßen. Was ist denn hier los, sag mal? Fehlschlag, Fehlschlag, Fehlschlag. Wir müssen uns beeilen, um Maiev zu retten. Ja, würde ich mal sagen, ähm, vielleicht erst mal die Sachen mal reparieren hier. Ist ja vielleicht gar nicht so unsinnig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wir müssen uns beeilen, eh. Dieser Stress. So ein Druck. Unsere Krieger greifen den Feind an. Oh ja, ja, du heilst das mal noch. Was bedroht diese Länder? Was bedroht diese Länder, hä? Ja, geh mal. Ich möchte schwichen. Es soll geschehen. Bisschen Gold hier. Heilt erstmal die Sachen. Das ist, glaube ich, erstmal viel wichtiger. Ah, das kann man automatisch einstellen. Ich wusste das gar nicht. Da muss man das mal manuell auswählen, aber scheinbar nicht. So, das hier reparieren. Irgendwas stimmt hier nicht. So, und, äh, Donor ist hier. Einheiten Schadensschild gewährt. Die Einheiten, der Schaden reflektiert. Ja. Ey, ich muss echt mal ein bisschen besser aufpassen hier. Scheiße. Ich bin gerade ein bisschen unachtsam, habe ich das Gefühl, aber... Die können auch nicht so viel, muss man wirklich mal sagen. Wie könnt ihr es? Wie ich vermutete, unsere Schiffe sind hier auf Grund gelaufen. Die speziellen Verbündeten, die aus dem Eschental mitgekommen sind, sollten in der Nähe sein. Ja, ist doch gut. Dann holen wir uns die ran. Spezielle Verbündete? Such einfach weiter. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Aha. Klingt ja sehr vertrauenserweckend. Wirklich. Irgendwie die speziellen Verbündeten, was hat er denn da für Kontakte geschlossen, ne? Was willst du uns sagen, Malphurion? Was hast du denn wieder angestellt? Ringbeschutzes, ja. Ja, meine Gruppe ist so fast tot hier. Das ist ein bisschen... Wo komme ich denn jetzt hin? Ne, da ist verschlossen. Oder hier ist kein Durchgang, das heißt, ich muss da von der anderen Seite kommen. Was bedroht diese Länder? Wir vergeuden hier unsere Zeit. Zack. Schaffe ich das? Ja, ich schaffe das. Für die Gerechtigkeit. Ich schaffe das. Oh Gott, oh Gott. Die hocken mir direkt vor der Nase. Die Zeit ist gekommen. Ich merke schon, lassen gerade nichts anbrennen hier, ne? Gut. Dann würde ich sagen, könnt ihr mal anfangen hier... Na, warte, du machst noch den Weltenbaum da, aber was ist der Baum des Alters? Verbessern, durchfohre seine Goldmine. Die ich nicht habe. Ja, große Sachen bauen bringt halt auch nichts, glaube ich. Also ich... Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Da sind die Dinger erstmal repariert. Das ist vielleicht ganz gut. Ein bisschen Holz sammeln kann nicht schaden. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Natürlich, immer. Für Kalimdor. So, Möwe. Überlebe ich das denn? Ich hoffe. Ja, ich meine, immerhin Möwe greift mich ganz gut an, muss ich sagen. Passt schon gut. Armstehen der Beweglichkeit. Gab es hier jemanden mit Beweglichkeit? Du warst Beweglichkeit. Ja, dann mal ran damit. Dieses Land und ich sind eins. So, ja. Da muss ich mich ein bisschen beeilen hier, ne? Irgendwie. Passt euch kurz. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gerade... Dass es nicht besser wird hier. Ich heime meine Leute. Ey, wir sind schon relativ heftig, ja. Oktopus. Ich bin ja auf dem Weg. Ich bin ja auf dem Weg. Ich werde die Jacht beenden. Macht man nicht so viel Stress hier, ne? Ich meine... Ich kann nun mal auch nicht irgendwie im Nostripsen nicht nach Platzieren teleportieren. Die Schuldigen werden leiden. Ich wünsche dir, die Einheit ist echt nötig, ne? Ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss an der Stelle und bei der nächsten Folge arbeiten wir uns dann weiter nach vorne. Bis dahin. Bis dahin.